Wir keine Straße mehr rausgezogen, ich depp. Nein, ich bin so blöd. Doof. Dann mache ich hier noch irgendwo ins Stadtzentrum hin. Hilft ja nicht. Hm, so. Dann mache ich hier die Spielhalle gleich her. Dann kann ich hier so machen. Und dann Häuser rum, ringsum aufstellen. Jetzt gehen mir die scheiß Bauzellen aus. Habe ich ein Schiff im Nicht-Eingriff? Ich habe doch noch mal was Großes gebaut. Du produzierst immer noch munter. So, wie sieht es hier mit Stahl aus? Stahl, Stahl, Stahl. Da produziert mir immer noch alles weg. Mache ich hier mal die Munitionsproduktion dicht. Munition habe ich jetzt genug. Ah, die werden unzufrieden, alle die Leute. Das ist nicht gut. So, aber jetzt muss hier mal der Stahl rankommen. Ich will hier ein großes Kriegsschiff. Ich brauche nur einen verfluchten Ingenieur. Hier verdiene ich jetzt mittlerweile gut. Ich habe jetzt einen Schreibtisch am Fenster. Endlich Tageslicht beim Arbeiten. Schön. Schön für dich, dass du Tageslicht beim Arbeiten hast. Aber ich dachte, die Global Trust Futsi sind nicht so drauf aus. Auf so ein Zeug. Handeln, verkaufen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich finde es nicht. Das schöne Holz. Das schwere Waffen. Aha. Hier. Könnte ich noch irgendwas verkaufen? Reis. Was brauche ich hier eigentlich noch? Ah, Salat. War ich wohl noch, glaube ich, ein Echo. So ein Salatanbau. So, fünf solche Teile muss ich jetzt irgendwie unterbringen. Jetzt muss ich hier gucken, wie ich hier den Weg gestalte. Oh, das ist ja auch eine gute Möglichkeit. Könnte ich auch nochmal wegreißen. So. Geht doch. Fünf Stück. Dann ist ja gut hier. So, durch das wurde meine Produktion natürlich gehemmt. So. Immer noch nicht genug Eisen. Was soll ich kacke? Wahn. Wahn. Neun Stück erst. Ich drehe am Rad. Hatte ich nicht vorher noch ein Schiff, das ich ohne Munition bauen konnte? Verflucht. Was soll denn das hier werden? Ach, das ist doch meins. Gut zu wissen. So. Ich brauche Bautzellen. So. Aber jetzt flotte Füße, Jungs. Es muss hier schneller werden. Kann er mir nicht hier angehen. So, komm Schiff. Was soll das hier? Das Arschkriecherische langsam. Tycoon Häuser. Ich bin kurz und so. Weg mit dir. So. 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 Spiel gespeichert. Danke. Computer. Durch das habe ich jetzt mein Ding versetzt. Meine Häuschen. Häuschen. Ach, cool. Jetzt brauche ich aber hier mal die Straße lang, die ich nicht bauen darf. Neue Gebäude zum Baubereit. Neue Gebäude zum Baubereit. Welche denn? Welche denn? Tycoon Schiffswerft hatte ich eigentlich vorher schon. Sind mir etwa Leute davon gelaufen? Hmm. Tycoon Angestellte. Perfekt Es geht ja voran hier So Ich wollte hier eine Straße bauen Und hier natürlich auch lang Weil wir gerade so lustig sind So Dann baue ich hier noch ein paar Wohnhäuserchen Wenn ich sie auch voran finden würde So Viel kriege ich hier eh nicht hin So, es sind da doch ein paar geworden Wenn es ist, kann man ja nochmal nachschaufeln Dieses Jahr haue ich die Ersparnis auf den Putz Und kaufe uns auch so eine tolle Karre Ah gut, denen geht es gut Lifestyle Was wollen die? Muss ich gucken Äh Kunststoff Ich brauche Ölbohrer Ölraffinerie Super Wo finde ich hier jetzt eine Ölquelle? Können auf dieser Insel Licht angebaut Äh gebaut werden Und aber hier wieder Wieso habe ich die ganze Produktion nicht hier? So, jetzt muss ich erstmal auf das Schiff gucken Also es würde funktionieren Äh Ne Ne Aufladen Ne Hier muss raus Und zwar Und zwar Und zwar Wo ist es denn? Rohöl Äh Ja Passt So 22 Reichen Und hier muss natürlich Aus Einladen Neon So Hier gehört es aufgeladen So Öl Da nehmen wir aber nur maximal 25 Und da wird es ausgeladen So viel wie geht So Die Auslastung von der Route wird immer besser Finde ich toll Und hier ist leer Das sehe ich gerne Dann kann ich Bald Hier die Raffinerie Bauen Und da die Kunststofffabrik Ah, ich muss schon wieder gähnen Werd doch ein bisschen müde Hier das Ding ackert auf 100% So, voll ausgebaut das Teil Ist ja immer schön Ich glaube ich baue noch eine zweite Ölraffinerie Das doppelt so schnell geht So Dürfte ja funktionieren Du Schiff, stellst dich mal hier hin Vom Vater habe ich schon länger keinen Besuch mehr gekriegt Und Information kommt dann auch noch Ja, ja Super, ein Gebäude würde sich eh noch Ausbauen Und ich glaube da hat sich gerade Ja, Informationen Wie Was verbessert die Ökobilanz Aha Oh Machen wir einfach mal zwei hin So Brauchen die auch ein Geld 40 Ja Gut, jetzt brauchen die hier ein Informazione Wo bekomme ich denn die hier Und wo stelle ich die hin So Ein perfekter Werbeblock Ich will nichts verschreien, aber im Moment läuft es ganz gut So Oh 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 Oh